hallo was machen sachen das letzte mal hatte ich euch gezeigt wie man jetzt sachen aus dem epic store runterlädt und in unsere szene bringt da haben wir unseren tollen drachen hier unten haben wir noch so eine animation mit mannequin ja und heute zeige ich euch eine andere seite wo man auch assets materialien und so weiter her bekommt und da geht es auch um den hier den habt ihr bei mir schon wahrscheinlich öfters gesehen den habt ihr nicht mega scans und über mega scans finden wir ganz 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 viele assets und dass wir denen hier bekommen müssen wir erst mal auf die seite quicksil.com oder gibt auch einfach mega scans in google ein findet ihr auch quicksil ist wo halt die seite worüber das alles läuft ich habe mich schon eingeloggt mit meinem epic account das schöne ist wenn ihr mit der annual engine arbeitet und dementsprechend epic account habt kriegt ihr die assets und materialien von quicksil oder beziehungsweise von mega scan kostenlos und dürft ihr nutzen so jetzt wollen wir die seite ja mit unserer engine verbinden wichtig ist wenn ihr das erste mal den launcher runterladet schließt eure engine sonst funktioniert es nicht ich habe es ja schon also muss ich es nicht machen ich werde euch nur zeigen wo es findet es ganz einfach hier ist die bridge ist einfach nur eine phase in der verbindung von mega scans to unreal dass sie einfach die seite runterladen und es ist direkt in eure engine drin das ladet ihr euch runter mit der geschlossenen engine ganz wichtig sobald ihr das runtergeladen habt ihr öffnet dies einmal und dann sollte auch das mega scans beim nächsten mal öffnen sollte hier sein so jetzt sehen wir der bridge an für sich sollte es jetzt auch funktioniert haben dass mega scans oder die bridge sich jetzt mit eurer annual engine verbunden hat falls es aus gründen nicht funktioniert habt müsst ihr sie noch mal neu runterladen aber normalerweise wenn sie geschlossen ist sollte es funktionieren dass das passende plugin auch direkt runtergeladen wird so und hier haben wir halt einfach nur mal runter das rollt können wir hier die neuesten assets sehen es sind verschiedene themengebiete angegeben hier sind assets und so weiter es gibt jede menge neues zeug es gibt jede menge zeugs hier ist das neueste glaube ich aufgelistet und da könnt ihr euch jetzt einfach mal suchen sehen ich glaube wir nehmen als als beispiel einfach mal diese hübschen köpfe hier an der seite geht unser erstes fenster auf wir können erst mal explizieren was ist das eigentlich ein foto die maps was ist hier alles so drin der 3d ansicht kann man sich anschauen mit den verschiedenen meshes aufgeteilt alles ganz spannend hier sieht man auch die größe ob es geschlossen ist kann wichtig sein wenn ihr bei macht ob jetzt sich eure steine irgendwo und ein loch haben oder so weiter unhalt ähnliche objekte jetzt müssen wir dieses es erst mal downloaden wir können wir können in den download settings einige sachen anpassen zum beispiel suchen mehr zeug für anwählen also sollten wir die matcherei materiallinie auch für anwählen anpassen texturen bei so kleinen sachen 2k kein problem ihr solltet auch die texturen immer ein bisschen angepasst habt ihr kleinere asset geht auf 2k bei klein bei größeren assets könnt ihr auch auf 4k gehen 8k braucht ihr nicht wirklich das sind halt mehr für offline rendering wenn ihr einen film oder so weiter macht und die sachen halt einmal gerendert werden aber da mir in der game engine in echtzeit rendern ist das sehr aufwendig sind sehr anstrengend deswegen guckt ein bisschen drauf format halt fbx wir können hier noch verschiedene sachen angehen wichtig alt die elodie ist für uns ist immer schöner für die engine auch hier welche maps wollen wir eigentlich haben können wir alles machen jetzt müssen wir es erstmal downloaden so dass wir sagen okay wir möchten dieses objekt jetzt erst mal in unserem ordner haben jetzt ist es gedownloadet jetzt können wir es auch tatsächlich in die engine exporten dazu auch wieder export settings gucken es ist ein kleines objekt 2k ja texturformat ich nehme gerne tager ihr könnt auch jpeg oder png datei benutzen da gehen halt wieder sachen verloren weil es komprimiert wird auch wieder fbx lod 0 solltet ihr mal haben es das ist halt euer hoch aufgelöstes ding ja und hier dann halt auch wichtig für unreal es kann auch sein dass es hier erst das plugin runterlädt für unreal wie gesagt bei mir hat das direkt beim blauenot gemacht es kann halt sein wenn ihr hier anklickt unreal dass er dann erst sagt okay ich download das plugin dann halt welche version auch wichtig hier dass es halt sauber funktioniert packt diese installationsfolder den hier packt den in eure plugins rein müsst ihr den datenpfad bei euch rausholen das ist ja bei jedem unterschiedlich je nachdem wie ihr unreal jetzt gespeichert habt aber hier wichtig packt den in die plugins und hier ist erstmal egal den könnt ihr packen hinpacken wo ihr wollt ich habe mir einen extra ordner gestellt und dann können wir das exportieren dann seht ihr auch schon es passiert was es exportiert es ist erfolgreich exportiert dann sollte es auch hier ja es wurde importiert oder es importiert noch dann warten wir kurz es bleibt jede menge zeugs auf alles successvoll alles funktioniert okay das passiert öfters mal noch smoothing groups ist aber bei dem es ist jetzt nicht schlimm schöner wenn sie es haben aber die qualität bei denen ist auch so ganz gut und schon schon haben wir unsere fügelchen wieso haben die kein material ist ganz zuordnen drauf ja manchmal funktionieren so material geschichten nicht so okay alles importiert ich habe so mal kurz gespeichert wir haben hier unsere ganzen sachen drinnen wir haben hier das material die verschiedenen texturen und unsere essence die können wir jetzt und die sind auch wirklich verdammt klein ich habe die irgendwie ein bisschen größer eingeschätzt aber nicht so schlimm so deko figürchen die können wir platzieren und das schöne an den mega scans material finde ich die sind hier so aufgesetzt dass man halt wirklich sehr sehr viel anpassen kann sagen ich passiere teiling an ist jetzt bei denen halt nicht so geil aber bei manchen sachen macht das schon sinn ich kann sagen okay ich tinte das alles ich mache das irgendwie alles keine ahnung kommen wir machen es einfach mal bläulich und tinte das alles ein bisschen bläulich da kann man die verschiedensten würden sachen machen metallin macht derzeit hier gar keinen sinn die offens können wir anpassen wie viele details wollen wir sehen so sieht ja dann auch ein bisschen kaputter aus wir können halt hier in den materialien noch einige sachen anpassen je nachdem was wir brauchen das ist ja sehr praktisch ich glaube die normal aber spiel hoch so so sieht so ein bisschen gebraucht und älter aus und das gleiche natürlich können wir auch über die bridge verschiedene materialien wir nehmen wir einfach nehmen wir nehmen wir einfach mal den holzboden und auch wieder download download abgeschlossen wir können es exportieren und so können wir halt einfach alles was wir auf dieser seite finden einfach downloaden und exportieren ist vor allem was zu haben hier teilweise einfach komplette räume lassen sich zusammen basteln aus assets die man findet gerade für environment sind hier super sachen dabei auch hier haben jetzt wieder ein extra folder unter unseren mega scans für surface jetzt haben wir unsere guten planks ich sag mal die hauen wir jetzt einfach mal überall drauf ich merke mir hier das hier und da hallo würdest du mitkommen zack unsere roten blanks hier macht auch teilingen dann haltet sich wieder mehr sinn dass man teiling haben ja vielleicht in die andere richtung äh sonst groß ich mach mal ja auf 5 grad zahl ja und dann passt das auch sind die world aligned wir müssen mal dann aufpassen das kann passen hat auch die möglichkeit hier nur in eine richtung zu skalieren je nachdem wofür man diese ersatz braucht kann man das einstellen wir können auch sagen okay ich hätte jetzt halt schon dunkel dunkelbraun und färb die halt ein bisschen ein so kann man halt in null kümmer nichts sich das passende zusammen basteln ich glaube wir bleiben bei vier machen wir mal gerade zahlen ist glaube ich für das video schöner aber eigentlich egal und so kann man sich ruckzuck das passende für seine zähne zusammen basteln egal ob man jetzt was für ein spiel machen möchte oder halt ein hübsches foto machen möchte kann man dann auch machen werden wir wahrscheinlich demnächst auch mal einen stream machen dass wir einfach mal mit verschiedenen assets eine szene zusammenstellen mal gucken und das war jetzt auch schon zu mega scans und der bridge wie gesagt ihr kommt ganz leicht an assets ran einfach runterladen hochladen und ihr könnt loslegen und basteln ihr könnt eine komplette szene euch machen wenn dann jemand lust bekommen hat sich irgendwas zusammenzubasteln ihr dürft noch ganz ganz gerne screenshots zukommen lassen ob jetzt über facebook discord oder sonst was bin mal gespannt ob jemand sich inspiriert fühlt irgendwas zusammenzubasteln wir werden wahrscheinlich wenn ich die zeit dazu finde auf meinem stream irgendwas zusammenbasteln dass man halt eine kleine szene basteln dass wir entweder ein kleines environment basteln oder halt ja halt einfach eine kleine szene zusammenbasteln ob es jetzt halt eine außensehene ist mit ein bisschen bald oder wiese oder ob man halt innen ein häuschen bauen einfach so einen raum wohnzimmer oder so weiter mit verschiedenen assets die wir halt aus verschiedenen die wir halt von verschiedenen seiten bekommen können tja mal sehen ich wünsche euch aber erstmal einen schönen tag und man sieht sich später mit dem mit dem mit dem mit dem